Ähm, ich werde immer wieder gefragt, Barney, woran liegt es, dass du so oft so aufgedreht bist? Wer, Barney? Wer fragt dich das? Und die Erklärung dafür hab ich hier. Mein ganz persönlicher Wert-aufgedreht-Mix. Die Leute glauben, ein guter Mix hat Höhen und Tiefen, aber das ist falsch. So ein Mix sollte nur Höhen haben, Baby. Und jetzt macht euch bereit für eine Audio-Reise in das weißglühende Zentrum des Adrenalins. Und jetzt... ähm... Es funktioniert. Ich werde tatsächlich aufgedreht. Oh Gott, ich erreiche einen gefährlichen Level des Aufgedrehtseins. Muss Roboter spielen. Legen wir los! Los geht's! Oh, äh, Fahrer? Hallo! Oh! Man, du fährst jetzt eine Limo, das ist ja super! Ich habe mich nach oben gekämpft. Woher kennt ihr euch denn? Oh, wir saßen mal in seinem Taxi. Ist eine lange Geschichte.